Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu News Aktuell. Ihre Nachrichtensendung für Ingolstadt und die Region. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute haben wir unter anderem diese Top-Themen für Sie. Für gewöhnlich finden die Betriebsversammlungen bei Audi unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Diesmal waren die Tore der Halle B auch für die Presse und einige geladene Gäste geöffnet. Zumindest für kurze Zeit, denn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war zu Gast in Ingolstadt und nutzte die Gelegenheit, der Belegschaft seine bedingungslose Unterstützung für das Automobil zuzusichern. Lea Egner und Clemens Schmid waren für uns mit dabei. Laut der Ingolstädter Kriminalpolizei überrollt heute wieder eine Welle von Schockanrufen die Region. Fälle aus Ingolstadt, dem Landkreis Pfaffenhofen, unter anderem in Baer-Ebenhausen und im Kreis Eichstätt wurden bereits gemeldet. Die Masche der Täter ist nicht unbekannt. Sie geben sich als den Sohn oder die Tochter aus, die einen Unfall gebaut haben und Geld für die Kaution, Begleichung oder Anwaltskosten brauchen. Die Polizei rät, seien Sie misstrauisch. Wenn per Telefon Bargeld oder Wertsachen gefordert werden, rufen Sie Ihr Kind oder die betroffene Person lieber einmal mehr an und fragen Sie nach. Die Kripo Ingolstadt rät zur besonderen Vorsicht. Weitere und aktuelle Meldungen jetzt in unserem Kurznachrichtenüberblick, zusammengefasst von meinen Kollegen. So wie es war, so wird es nie wieder sein. So heißt das altbekannte Mantra. Aber einen Blick zurück können wir trotzdem wagen. Das Schöne an der jüngeren Vergangenheit ist nämlich, dass es neben Bild und Text auch Bewegtbild gab. Der Neuburg-Liebhaber Bernhard Mahler hat es sich zur Aufgabe gemacht, solche Filme in und um Neuburg zu sammeln. Die Neuburg-Filme erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit und locken ins Kino mit einer vollkommen lokalen Vorführung. Ein Beitrag von Robin von Gumpenberg. Asien-Streetfood wird immer beliebter in der Region. Das Hungry Monkey ist eins dieser Streetfood-Restaurants und hat die Trendküche Asiens nach Ingolstadt gebracht. Ob Korea, Japan, Vietnam oder Thailand, sie haben die beliebtesten Gerichte dieser Länder zusammengestellt. Heute haben sie ein vietnamesisches Spaghetti mit vielen frischen Zutaten und Koriander zubereitet. Mein Kollege Sebastian Neuhauser war live mit dabei. Und damit schauen wir zu meinen Kollegen in den Landtag in München. Heute geht es unter anderem um den beantragten Haushaltsentwurf für das Justiz-Ressort und um die Arbeitsbedingungen bei Pflegepersonal sowie die Bestandssicherung von kleineren Krankenhäusern in der Fläche. Moderiert hat Charlotte Göbel. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es mit den aktuellen Wettaussichten für die kommenden Tage weiter. Dranbleiben lohnt sich also auf jeden Fall. Bis gleich, ich freue mich auf Sie. Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu News Aktuell. Ihre Nachrichtensendung für Ingolstadt und die Region verbunden mit dem verlässlichsten Wetterdienst. Es regnet, grauer Himmel, dafür ist es aber absolut nicht kalt in Ingolstadt. Das Thermometer steigt mittags auf 14 Grad. Am Abend ist es teils wolkig und teils heiter bei Temperaturen von 9 bis 12 Grad. Hier sind die genauen Wettaussichten für die kommenden Tage von unseren Experten. Nach den News geht es mit dem Studio Schrobenhausen weiter. Unter anderem beschäftigen sich meine Kollegen heute mit den Vorbereitungen der Spargelsaison, dem Fachkräftemangel in den Apotheken und mit dem Jugendstadtrat, der die Stadt von Müll befreit. Die neue Folge hier einmal kurz und knapp zusammengefasst. Regen oder Sonne, wir haben für Sie die passenden Aktivitäten in und um Ingolstadt. Ob Konzerte, Museumsbesuche oder auch Outdoor-Aktivitäten, in unseren Veranstaltungstipps ist sicherlich für jeden etwas mit dabei. Schauen Sie mal. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche Ihnen noch gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm von TV Ingolstadt. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, auf Wiedersehen. Bis dahin, machen Sie gesund.